Willkommen zu diesem neuen Video. Ich würde mal sagen, wir landen mal heute hier, ja wie in der letzten Runde auch, hier bei einem meiner Lieblingsorte. Schreibt auch gerne mal so Tipps in die Kommentare, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber würde ich mich immer sehr freuen. Und ich würde sagen, ja wir landen jetzt einmal dort. Nämlich dort sind immer sehr viele Kisten und Kakteen, um meine Schilder aufzubauen. Und von dort aus werden wir dann hier zu dem Brutal Beachhead gehen, um die Medaille zu bekommen. Also wenn es gut läuft, bekommen wir sie. Wenn nicht, ist sie schon vorher weg. Wir werden es nachher sehen. Aber auf jeden Fall werden wir es probieren. So, einmal hier ein bisschen die Schilder auffüllen. Hier müsste eigentlich eine Kiste sein. Ja, hier unten ist eine Kiste. Okay. Was haben wir hier? Ah ja, super. Suppi. Fantastisch. Genau sowas habe ich gesucht. Hm. Was ist das hier? Ne, brauchen wir nicht. Jetzt ganz schnell hier zu dem Boot. Damit wir die, ähm... Damit wir den Bot ledigen können. Okay, der hat auf jeden Fall die andere Medaille, ja. Was müssen wir eigentlich holen? Komm, komm, komm. Boah, wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Boah, das war aber knapp. Nicht zu verstecken. Okay. Okay. Ich muss jetzt irgendwo meine Schilder auffüllen. Also nicht meine Schilder, ich meine meine Medi-Kit brauche ich jetzt. Ich weiß jetzt mir leider nicht wo. Kommt der andere Bot hier noch, oder? Oder ist es sogar der? Ach, das ist, glaube ich, sogar der, oder? Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil, ähm, eben konnte ich auch so schnell rennen mit diesen Flammen da unten, an den Beinen. Ähm, ich dachte, das ist von hier, aber anscheinend ist es doch von dem anderen Bot. Oder ist das bei beiden gleich? Boah, keine Ahnung, Leute. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Ich weiß es nicht. Da können wir irgendwas anderes mitnehmen, außer dem hier. Das hier probiere ich mal aus. Auf jeden Fall, wenn wir das Auto hier einmal nehmen. Ich bin jetzt zwei Kills. Also wir können noch ein bisschen verbessern. Ich bin jetzt zwei Kills. Also wir können noch ein bisschen verbessern. Ich bin jetzt etwas Kills. Ich bin jetzt zwei Kills. hier sind gar keine spiele irgendwie ich weiß nicht wo die alle hin sind merkwürdig da was ne, ah hier ok die sind zwei Punkte So, die haben wir einmal, die beiden. Aber wo sind die anderen Schüler schon wieder, ansonsten ist immer so, mal hier, ist nicht diese Bots. Ich weiß nicht. Ich lasse es nur, wo ich bin, denke ich nichts. Ich gehe wieder, ich gehe glaube ich nicht in die Richtung, Richtung Bahnhof oder so. Oder nee, geht gar nicht, muss da lang, die Zone kommt. So. Wo kam jetzt hier der Punkt? Warte, die müssen wir holen. Da vorne. Da sind sogar zwei nebeneinander. Komm. Jetzt ist er glaube ich weg, jetzt finde ich ihn nicht mehr. Jetzt kann ich ihn nicht mehr finden. Nope. Leider. Hey, das ist doch der Bot von der, äh, ist es nicht der Bot von diesem, äh, einen Dings von von dieser Arena. Wo ist wieder, was da ist, köster! Damit bin ich ja grundsätzlich Mostly khash på herein, gleich Harryеди. Oh ja. Ich muss weg, 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 ich muss weg. Leute. Ja, ich würde sagen, ich verändere das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.